Als normannisch-arabisch-byzantinische Kunst wird eine für Sizilien typische christlich-islamische Mischskultur bezeichnet. Die nach der normannischen Eroberung Palermos zwischen 1060 und 1088 aufkam und im 13. Jahrhundert durch die normannisch-staufische Kunst abgelöst wurde. Sie wird auch als normannisch-sizilianischer Stil oder als sizilianische Romanik bezeichnet. Ihre Auswirkungen sind jedoch bis nach Salerno auf dem italienischen Festland bzw. bis in die nachfolgende Gotik zu bemerken. Synthese und Symbiose Zu dieser Synthese kam es, weil die normannen Sizilien nicht besiedelten, sondern dort lediglich die Führungsschicht stellten. Die Bevölkerung und somit auch die Handwerker und Künstler, die die normannischen Bauwerke ausführten, war nach wie vor eine Mischung aus der griechisch-byzantinischen Bevölkerung und den muslimischen Arabern. Die im 9. Jahrhundert die Insel erobert und bevölkert hatten. Auch am Hof kam es vorübergehend zu einer Symbiose. Die normannen Könige umgaben sich sowohl mit griechischen als auch mit arabischen Beratern, hielten sich einen orientalischen Harem, wählten Regierungsmottos aus dem Koran und ließen islamische Ehrennamen auf ihre Münzen prägen. Architektur Hauptkennzeichen dieser Epoche ist ein eigenwilliger Baustil. Die Architektur zeigt starke islamische und byzantinische Einflüsse, die zu einer harmonischen Einheit zusammenfließen, da der normannische König Roger II. als Verteidiger des Christentums auf der einen Seite, aber auch als König von Ifriki ja auf der anderen Seite weiterhin Kirche und Papsttum mit großzügigen Bauten zu gewinnen trachtete, sind die typischsten Vertreter dieses Architekturstils vor allem Kirchenbauten. Beispiele für Bauwerke im arabisch-byzantinisch-normannischen Stil sind die Kathedrale von Salerno, der Normanenpalast mit der Palastkapelle in Palermo, die Schlösser Mare Deutsche, Oshibene, La Cisa, Kuba und Kuba Soprana mit der Kyubeler in Palermo, die Kathedrale von Palermo. Viele weitere Kirchen Palermos Z.B. San Giovanni dei Lebrosi, San Giovanni di Giremiti, La Maturana, San Cataldo, La Magione. Die Kathedrale von Cephalo, die Kathedrale von Monreale bei Palermo, 1172 bis 1176 unter dem letzten Normanenkönig Wilhelm II. erbaut. Die Kathedrale von Messina, 1197 von den staufischen Nachfolgern der Normanen gebaut. Die Cisa di Santissima Trinita di Dilia, westlich von Castel Vetrano. Kunsthandwerk. Ein weiteres Beispiel für diese auch fatimidisch beeinflusste Mischkultur ist der arabisch verzierte Mantel Rogas II, der später von staufischen bzw. deutschen Kaisern übernommen wurde. Dichtkunst. Aus einer Vermischung normannischer, französischer, griechischer, arabischer und sizilianischer Elemente entstand die Sizilianische Dichterschule. Beispiel. Als Beispiel für die Synthese der verschiedenen Stile wird die Kathedrale von Monreale erläutert, da sie meist als herausragendstes Bauwerk dieser Richtung angesehen wird. Der gedrungene Außenbau entspricht der normannischen Bauweise im romanischen Baustil. Fassadendetails wie Z, B, die sich überschneidenden Blendbögen, die über dem Vorbau an der Fassade und besonders eindrucksvoll mit Intarsienarbeiten an den Rückhabseiten zu erkennen sind. Sind arabische Stilelemente, im Inneren zeigen die Goldgrundmosaiken an den Wänden den byzantinischen Einfluss. Punkt. 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 Punkt.